Hey, brauchst du Warn-Dreieck? Ich stelle auf mehr, du Opfer! Geht's dir gut? Jungs, höfst's mal. Ich sterb fast. Ein Toter kann nicht reden. So dumm, Alter. Hey, Bro. Ich hoffe, du lebst wieder. Alter, jetzt fahrt einfach weg. Fahrerflucht. Fahrerflucht. Ich hätte mir das Kennzeichen notieren müssen. Komm noch einmal. Komm noch einmal. Ich gebe dir. Ich gebe dir Anzeige. Schlawine auf jeden Fall. Jetzt müssen wir auf die Rettung gehen. So, geht der Roleplay? So ist es. Jetzt muss dich ein echter Mensch wiederbeleben. Ui, drei Minuten tot. Ist auch nicht ganz optimal. Boah! Straßen mittig sich aufhalten ist wohl nicht so optimal. Boah, danke schön.